Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. So, heute wollen wir ein bisschen bauen. Wir haben natürlich noch gar nichts in der Tasche drin. Jasmin, die baut bei sich drüben Munition. Jetzt gerade habe ich ein Ölch. Ein Ölch? Ausgenommen. Ausgenommen auch noch. Ja, ich habe den erschossen. Abgezogen, sagst du. So, ich könnte ja schon mal wieder ein bisschen Beton herstellen. Bei der Gelegenheit. Ne, ich habe ja nur 118 Lastersteine. Machen wir davon mal... Lastersteine. Lastersteine kann ich so gar nicht herstellen. Ach, Leben brauche ich auch dafür. Ach, da war ja was. Ja, verdammt nur eins, ne? Gut, nehmen wir eben nur den Beton erstmal mit. Und... Ja, ich hätte vier Leben, hätte ich da. Äh... Gut, dann können wir auch gar nicht so viel aufwerten. Wie ich eigentlich dachte oder vorhatte. Ich könnte aber diesen... Noch ein paar Zweck Kleber machen. Den könnte ich auch noch setzen. Kleber? Ja. Kann ich auch noch machen, ja? Ne, ich meine aus Knochen. So, ja. Haben wir den. So. Wenn ich schon mal hier bin, ne? Ähm... Genau, Fußboden soll ja eigentlich Fußboden bleiben. Ah, jetzt muss ich das mit Cobblestone erst reparieren. Ich hoffe, das reicht, was ich da hab. Äh, nochmal ran an die Kiste hier. Ein Cobblestone. Und hier nehmen wir nochmal mit, die Pflastersteine. So. Dann machen wir das einmal heile. Äh, ist gar nicht so viel kaputt hier. Ja, cool. Äh, das ging ja recht zügig. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. So. Äh, ich würde vielleicht das hier hinten sogar so lassen als Wand. Und ich würde vielleicht auch die Tür hier vorne lassen. Einfach nur, damit die nicht nach hinten spucken und alles kaputt machen. Ich glaub, ich werte das auf. Kann ich gar nicht, weil ich kein Cobblestone hab. Mal gucken. Ja, gut. Das war's schon. So. Dann würde ich die Brücke aber noch einmal hier machen. Und hier vorne. Da können wir auch noch alles in Zement bedonieren. So. Genau, das war ja letztes Mal gar nicht möglich, ne? Das war nicht möglich? Letztes Mal musste ich mir meinen Beton noch ein, äh, teilen. Ein, äh, teilen. Ein, äh. Ein, äh, teilen. Ein, äh. Ein, äh. Ein, äh, teilen. So. Und von unten würde ich die auch gleich einmal aufwerten. Nein. Dann habe ich das weg. Nein. So. Das ist doch schon mal was. Nein. Ist es nicht? Nein. Ja, das ist gar nichts, ist das. Scheiße, ist das. Äh, verdammt. War das gut? Ich schwitze. Mir ist warm. So, den würde ich jetzt noch einmal unten platzieren wollen. Ähm. Auch wenn ich bis dato nur einen habe. Jetzt habe ich hier die Box noch nicht. Auf welcher Höhe ist die denn? Oh, da läuft doch schon wieder einer, oder bist du das? Eins, zwei, drei, vier. Gehst du oder ich? Äh. Gehst du oder ist einer? Äh, also bei mir ist keiner. Oh, ich kriege gleich ein zu viel. So. Jetzt hat sie geschrien. Schönen Dank dafür. Das Lied war wunderschön. Oh. Und es kommen ganz viele Grüne. Weißt du, dass ich soll vorbeikommen? Weiß. Wäre nicht verkehrt, ne? Na gut. Aber nur, weil du es bist. Die leuchten, ey. Oh. Und bist du denn bei dir? An der Frontseite, oder? Ja. Geil, ey. Ich mache hier Munition, die gleich wieder weg ist. Einen blöden Grün. Oh, leck mich doch, ey. Ja, das wäre gut, wenn diese Dingsklinge, wenn ich die anmachen könnte. Achso, du wolltest ja auch noch einen Schalter haben, ne? Dass der hier irgendwo ist. Dass ich den zack... Ja. Äh, was brauchen wir denn für einen Schalter? Äh, unter anderem eine Werkbank. Die Teile haben wir aber alle dafür da. Pass auf, dann machen wir erstmal deinen Schalter. So. Musst du nur zwischendurch reparieren, deine Klingepadde, ne? Hm. Hm. Ja, ich habe hier gerade geguckt. Nee, ich habe gerade überlegt, du musst ja sowieso runter wegen deinem Generator anmachen. Kann ich... Ja, das meine ich ja. Oh, das weiß ich gar nicht. Kann man den Generator mit einem Schalter fernschalten? Also anmachen? Darum geht's mir doch. Äh... Wie viel brauche ich nochmal? Zwei. So, denn einmal eine Werkbank, die noch nicht benutzt ist. Eine Werkbank, die noch nicht benutzt ist. Ähm... Jasmin! Ja, kannst du doch. Okay. Ähm... Den nehme ich mit runter und dann mache ich hier nochmal einen Schalter. So, 15 Sekunden. Oh, habe ich mir zu viel genommen? Da, 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 da. Okay. Ähm... Erstmal den Schalter platzieren, aber vorher muss ich was essen. So, den Schalter willst du am Balkon haben, ne? Ja, dass ich das Ding anmachen kann. Okay, warte. Damit ich nicht immer runterlaufen muss. Ja, ich hoffe mal, dass das funktioniert. Okay. Okay. Anscheinend nicht. Nee. Ja, dann müsste dein Generator Tag und Nacht laufen. Das wäre ja auch Mist, ne? Nee, das will ich ja nicht. Ähm... So funktioniert es nicht. Schade. Liegt jetzt halt am Generator, weil der ja unten ist. Äh... Boah. Da muss ich halt immer runterlaufen. Äh... So, nee, ich schade. So. Mehr kann ich jetzt erstmal nicht machen. Ähm... Äh... Nee, das ist Quatsch. Ja, schade. Das geht leider nicht. Schade, schade. Hätte ja klappen können. Ja, hast du halt hier einen Schalter hängen. Ist doch auch was Cooles. Hat ja nicht jeder, ne? Aber das gleiche Problem habe ich dann theoretisch auch. Bei meinem Generator steht ja auch unten. Ich wollte eigentlich später auch einen Schalter nach oben setzen, aber dann geht das ja gar nicht. Zeitschaltrelease. Nee. Das wird so nicht funktionieren, leider. Jetzt muss ich mal gucken. Eins, zwei, drei. Kannst du eigentlich noch eine Bergbank bauen? Ähm, ja, kann ich auch. Könntest du das tun? Puh,etime. Ähm,оп,,,,, ähm,, den Leicht. Ähm, implemented stattdessen. Ähm, ja, kommt eben, da eríst mal auf dem wilderness. Eine Bergbank. Ja, kann ich dir auch gleich bauen. Brauch mal erst mal. Boah, äh, wie machen wir das jetzt am besten? Ich glaube, das ist cool, wenn die Stäbe mittig sind. So, jetzt muss ich natürlich gucken, ob das überhaupt reicht. Aber eigentlich ja, ne? Hä? Wie geht das? Hm? Ich bin gerade am überlegen, ob das jetzt... Hat er den jetzt genommen? Ah, ne, die Dartfalle ist ja... Ah, das ist doch Blödsinn. Die Dartfalle ist ja am... Ruckschalter. Das heißt, das würde so keinen Sinn machen. Ah. Okay. Ich brauche davon aber noch mehr. Ähm. Oh Gott, jetzt muss ich ja schon wieder rüber. Eine Werkbank möchte sie haben. Ja. Kannst du keine bauen? Nee. Für mich ist ein Schloss hinter. Okay. Äh, ja, warte, ich bin schon da. Und zwar, äh, brauchen wir für eine Werkbank, eine Bauanleitung für eine Werkbank. 25 Eisen, 20 mechanische Teile, 5 Klebeband. Moment. Äh, 25. So, 20 mechanische Teile. 19, 20. Äh, 5 Klebeband. Klebeband haben wir gar nicht mehr, habe ich gesagt, ne? Okay, äh, können wir aber machen, glaube ich, ne? Ich brauche mal, 10. So, Klebeband. Äh. Wir brauchen 10 Kleber für ein Klebeband. Ach du Schande. 10 Stofffetzen und ein Klebeband. Ja, aber warum kann ich das nicht herstellen? Gott. Bisowski, ey. Ach, oh mein Gott, ja. Du hast es falsch rum gemacht, wetten? Ja, 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 genau. Äh, jetzt, ach, du bist an der Kiste. Äh, genau. Andersrum, ne? Hier. Vier Stück. Äh, ja, ich brauche nur drei, aber danke. Werk. Werkgebank. Äh, Werkbank. So, dann brauchen wir 100 Nägel. Klebeband noch rein. Das brauche ich nicht und... Das können wir gleich einschmelzen. Wo habe ich denn das her? So, jetzt habe ich noch Showwave-Futter-Dose. Eigentlich wollte ich ja bei mir bauen. Jetzt bin ich hier die ganze Zeit bei dir drüben. Du sollst mir nur eine Werkbank machen. Ich kann die nicht machen. Ich gehe schneller hier mit dem... oder mit dem Munizialen. Du hast jetzt auch einen zweiten, äh, Mischer, ne? Willst du die Werkbank oben haben, oder? Nee, hier unten. Meinst du, das passt noch? Ja. Achso, ach, ich habe die ja noch gar nicht gebaut, oder? Doch. Ähm, das dauert aber fünf Minuten. Ich gehe so lange rüber. Da, 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 da. Jetzt wird der Geschützturm erstmal bestückt. Oh. So, dann machen wir den nämlich auch gleich einmal fertig. dass der für den heutigen Blutmond einsatzbereit ist. So. Äh, den haben wir. Hier ist nix. Hier war auch nix weiter. Da fehlt Holz. Mälzt du irgendwas ein, oder? Nee. Aus Zählen, da ist ja nix mehr. Äh, den, äh, ist schon fertig, denn. Ich habe da nochmal Messing reingeschmissen. Gut. Äh, Leben haben wir ja drüben genug. Da könnte ich mir noch Cubblestone mitmachen. Ja, jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt genau mit dich stehen würde, ob ich da überhaupt rankäme. Oder ob wir hier irgendwo den Strom hinsetzen. damit die hier vorne gestunnt werden. Weil ich würde ungern hier was verändern, jetzt optisch. Zumal es noch lange nicht fertig ist. Äh, ja, ich weiß ja auch nicht. So, ich brauche ja auch noch einen Weg nach oben. Oh. Dann müsste ich das noch einmal schnell aufwerten. Ich habe keine Beton mehr. Da kommt schon wieder einer. Genau. Einmal einen Weg nach oben. Dann würde ich hier in der Ecke setzen. Geil. Da, dann dem Wasserfilter hin. Äh, ist bei mir, kann das sein. Ja. Ja. Und komischerweise hat sie auch schon Freunde mitgebracht. Nee, kommt jetzt zu dir. Wo sind ihre Freunde? Hat sie hier gelassen. Ja, genau. Da kommt noch einer, ey. Okay, ein Teil ist für dich und eine ist für mich. Wo sind die andere? Da. So. Vorsichtig, ich habe hier noch kein Geländer. Warum sollen die eigentlich hier... schon wieder... schon wieder... immer an die Wand hier. Das verstehe ich nicht. Hast du noch Besuch? Ja. Äh, Straßenseite oder welche Wand? Ja. Ach, bei Balkonien. Das ist eine gute Frage, warum die immer hier rangehen. Das scheint... für die scheint das irgendwie der... einer der Zugangspunkte zu dir zu sein. Ich habe noch Musik. Hä? Wo ist sie? Ist sie hier in den Boden gebackt? Ja, irgendwie ist da eine gewesen eben noch, ne? Hä? Die, äh... Die ist hier irgendwo drinne. Hm. Ah! Ja, ja, ich sehe ihre... Ah, hier. Hier, die ist in der Treppe. Ich habe sie mal befreit. Hast du den Lootback genommen, der da lag? Ja. Was war da drinne? Das ist Messing. Oh, sehr gut. Kann ich dir auch gleich einschmelzen? Und da war noch ein Buch drinne. Automatischer Geschichtsbruch. Keine Ahnung, warum die immer da hinwollen. Oder sind da die... Nee, da ist ja nix. Hä? Verstehe ich auch nicht. Boah, haben wir einen Bewegungssensor. Öl haben wir. Kunststoff haben wir sowieso. Geschmiedeten Stahl. Dann könnte ich zumindest unten die Türme soweit fertig machen. Also irgendwie viel gerissen habe ich bis jetzt nicht. Hauptsächlich laufe ich hier hin und her. Ja, da muss ja auch mal sein, ne? Ja, da kann ich die Treppe nicht... Da kann ich die Treppe nicht bauen, weil ich da noch aufwerten muss. Aber... Ich könnte hier schon mal Holz draus machen. Oh, Alpen haben wir ja gar nicht so viel, wa? Nee. Nee. So, ich würde dann vielleicht noch einmal... Wo ist denn der Schmelzziegel drin, ey? Hiermit schon mal anfangen. Ich will ja hier auch noch die Mauer erhöhen. Dass sie da nicht mehr hochgehen. Aber das Tor müsste eigentlich hier vorgesetzt werden, ne? So, auf drei, dann habe ich da vier. Müsste eigentlich passen. Ja, doch, das passt von der Größe. So. Äh, ich brauche mal ein paar Baublöcke, wa? So. Hast du denn noch eine interessante oder witzige Geschichte zu erzählen? Wo sich die Folge dem Ende neigt? Eigentlich nicht so. Gar nichts? Boah, ich saß schon wieder so scheiße. Oh. Das Kind hat die Augen auf. Jetzt nicht mehr. Könnte auch als Zombie durchgehen, ey. Hast du denn jetzt schon eine Idee wegen der Halloween-Party? Nein, immer noch nicht. Ich weiß nicht, was ich gehen möchte. Also, schon, aber... Ah, irgendwie auch nicht. Wie, sowas schwebt dir vor? Ein Clown. Ein Clown? Ja, ein Gruselsclown. Okay. So ein Freak, halt. Ich würde gerne als Assassine gehen. Als was? Assassine. Also, ja. Von Assassin's Creed. Okay. Glaublich. Aber die richtig guten Kostüme sind einfach mega teuer. Ja. Bestimmt. Mal schauen. Irgendwas werde ich schon finden. Mir ist das halt nicht wert, für einen Abend 150 Euro oder sowas zu geben. Zwei Arme, aber ich kann ja nicht zweimal das gleiche anziehen. Hey, warum nicht? Natürlich mache ich ja auch. Geh mal da hin. Oder ich gehe einmal jetzt Iron Man. Es ist Halloween. Ja. Ja. Da kann man sich verkleidigen. Äh, verkleiden. Ich kann ja jetzt dieser Zombie... Verkleidigen. Verkleidigen. Da kann man sich... Verkleidigen nicht mehr. Da kann man sich verkleidigen. Ich kann ja jetzt dieser, äh... Zombie Iron Man gehen. Ja. Zombie. Geht auch. Klar. Ja, wenn du jetzt wirklich auf Grusel gehst, finde ich, gibt es halt mega wenig. Du kannst einen Zombie machen, einen Vampir oder halt... Das ist eigentlich voll viel, ey. Ja, das meiste sind diese dämlichen Clowns. Du bist dämlich. Nein, ich meine halt, weil die so langweilig sind irgendwie. Nein, du kannst alles machen. Du musst ja nur Blut ins Gesicht klatschen. Für mich persönlich jetzt. Ähm, ja, und so richtig geile Horrorfilme, Killer. Mega... Ich sag mal so Meike Meyers. Mega. Aber ich hätte auch keine Lust, den ganzen Abend eine Maske zu tragen, die ich jedes Mal hochziehen muss, wenn ich was trinken will. Und du darfst nicht reden. Bist du schon mal raus. Ich kann, äh... Ja. Nicht die Klappe halten. Weiß ich nicht. Wenn du denn sowas nimmst wie Texas Chainsaw Massacre... Ich hab halt keine Menschenhaut hier rumliegen, wo ich mir ein Gesicht rausnähen könnte. Du kannst ja eine besorgen. Kurz mal jemanden häuten. Es tut mir leid, aber ich brauch das. Ich bin auf eine Halloween-Fete eingeladen. Ich leih mir das mal eben aus. Kann ich mir dein Gesicht mal ausleihen? Ich kann es demnächst mal wieder. Ne, was hast du sonst noch? Du hast noch Freddy Krüger. Gibt's noch Kostüme für... Da hab ich tatsächlich... War ich mal im Heide Park, äh, zu Halloween. Und dann haben die so eine Geisterbahn gehabt. So, wo du lang gehen kannst, dich gruseln. Und da war einer von den Darstellern... Äh... Ist Freddy Krüger gewesen. Ja. Und der sah so scheiße real aus mit diesen ganzen, äh, verbrannten Narben und sowas. Und, also, das ging bis Brustkorb, ne? Der Brustkorb war auch, ähm, modelliert. Und das sah halt... Das sah aus wie der Freddy Krüger aus dem Film. Also, der war so gut gemacht. Ja? Ja. Das war mega. Ich will nicht wissen, wie lange der da in der Maske gesessen hat, dass der so ausgesehen hat. Ah, bestimmt lange. Weil das war, ähm, also der hat keine Gummimaske oder so über den Kopf gehabt, weißt du? Mhm. Hast du jetzt meine Werkbank fertig, oder? Ja. Hm. Ja, geht nur hier vor dem Tor. Ja, gut. So. Ne, das sah richtig gut aus. Ansonsten, äh, waren die Leute halt auch so... Zombie, Geist, Dämon. So ein richtig cooles Dämon-Kostüm wäre auch geil. Und dann brauchst du noch diese Blutkapseln, wo du raufbeißt und dann so schwarzes Blut aus deinem Mund läuft. Hm. Kontaktlinsen... Hm. Was? Aber du willst ja keine tragen, ne? Kontaktlinsen? Ja. Da muss ich ja welche in Stärke holen. Ich hab einmal Kontaktlinsen drin gehabt, äh, zu einer Halloween-Fete. Ich hab bestimmt zwei Stunden gebraucht, bis ich die drinnen hatte und als der Abend dann vorbei war, ich hab mit den Dingern gepennt, weil ich war voll müde und hatte keinen Bock mehr die rauszupulen, weil ich hab mir da so schwer mitgetan. Und dann hab ich die, ähm, nächsten Tag hab ich die dann rausgenommen, also war auch kein Problem. Und die eine, die ging dann innerhalb von Sekunden, dann war ich übelst motiviert und dann hab ich nochmal so eine Dreiviertelstunde oder sowas für die andere gebraucht. Weil ich immer die Augen zugemacht hab, wenn der Finger näher kam. Mhm. So, viel gebaut haben wir nicht. Cobblestone würde ich schon mal gerne herstellen fürs nächste Mal. Dass der denn fertig ist. Braucht ja gar nicht so viel. Abend ist besser als brauchen, ne? So, und zur Not können wir ja auch nochmal, äh, mit dem Erdbodder ein bisschen losgehen, Steine sammeln. Wenn alle Stricke reißen. So, Steine hab ich noch drüben. Tadam, dam, dam. Bist du schon mal da gewesen, Halloween? Im Heidepark? Nee. Hab ich dir das mal erzählt, wie ich eine Freundin zum Bein gebracht hab und die war den ganzen Abend sauer auf mich? Miese Geschichte. Ah. Das war der Streich des Todes. Jans mies, jans mies. Alter, der Streich war gut, oder? Na ja. Et jete, et jete. Äh, so. Ich fand den super. Auch wenn er ein bisschen mies war. Aber ich wusste halt zu dem Zeitpunkt auch nicht, dass die Höhenangst hat. Das hab ich ja später erfahren. Boah, hier ist auch schon richtig viel Damage an der Wand. Damage, Damage. So, und Beton haben wir ja noch nicht fertig, ne? Den müssen wir auch erst herstellen. Und für Beton brauchen wir... Wann das nochmal? U-Ton. Äh. Bauton oder Beton? Jetzt hab ich's. E-Ton. Äh. G-Ton. G-Ton. Hat auch bei mir seine Spur hinterlassen. Aha. Und die Zange kann erstmal weg. Ach, Mensch. Ja gut, du hast die Schmieden, hast ja eh alle im Gange. Und ich hab kein Dings hier. So, aber ich würd sagen, wir bauen nächste Folge weiter. Ja. Nächste Folge vielleicht auch mal ein bisschen aktiver bauen, weil eigentlich hab ich nix gebaut, glaub ich. Hat das letzte Folge nicht schon gesagt? Ja. Nächste Folge bauen wir mal ein bisschen aktiver, dann gucken wir mal, das war vorne vielleicht noch das Tor anfangen, wenn wir es hinkriegen, vor dem Blutmond, einfach nur so ein optischer Aspekt und dann, äh, hat sich das, vielleicht kriegen wir auch noch geschmiedeten Stahl hin. Dann können wir nochmal einen Geschützturm bauen. Wär natürlich auch geil, ne? Und hier müssen wir halt aufwerten. Dass wir die Treppe nach oben machen können, damit wir endlich unsere Wasserfilter aufbauen können. So, aber das war's für heute. Wir sehen uns das nächste Mal gerne wieder. Schaltet sehr gerne wieder ein. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Lasst ein Like da. Bis dahin, macht's gut. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao. Vielen Dank.